Oh, das muss ich... Das ist eine Türe. Oh, der Struppi will nicht raus. Ja. Was hat er denn? Ja, das war das Problem. Ja, hier ist es mit die Hunde. Ja, das gehört auch nicht. Sie hat große Angst. Ja. Ja, Mama, Thor, Elon, Thor. Hallo. Wiedersehen. Jetzt muss ich den Servi schon mal filmen. Bitte? Jetzt muss ich den Servi schon mal filmen. Ja. Ja. Die bringen da wahrscheinlich auch so das Material hoch, gell? Na ja, das muss ja irgendwie hoch transportiert werden. Ja. Tschau. Also, Gott ist ebenartig runter? Nein. Hallo. Das geht ja ebenartig raus. Wir sehen. Also, Wiedersehen zusammen. Ja. Wir sehen. Die Hunde ist noch mal rum. Toll. Ja. Ja. Vielen Dank.